Numbers ist die innovativste und leistungsstärkste App für Tabellenkalkulationen, die je für ein Mobilgerät gemacht wurde. Numbers macht es ganz einfach mit Tabellen, Diagrammen, Formeln, Fotos und Grafiken zu arbeiten, denn du steuerst alles per Fingertipp auf einer intuitiven Oberfläche. Tippe einfach auf Numbers, um loszulegen. Du findest 16 von Apple gestaltete Vorlagen, die perfekt passen, egal was du gerade machst. Du kannst sogar jede Tabellenkalkulation importieren, die mit Numbers auf einem Mac oder mit Microsoft Excel auf einem Mac oder PC erstellt wurde. In Numbers kannst du mehrere Arbeitsblätter in einer Tabellenkalkulation anlegen und über die zugehörigen Titel in ihnen navigieren. Tippe einfach auf die Titel, um zwischen ihnen zu wechseln. Wenn du Daten eingeben möchtest, doppelt tippe auf eine Zelle. Die Onscreen-Tastatur ist so intelligent, dass sie den Datentyp, den du eingibst, erkennt und dir genau das richtige Tastaturlayout präsentiert. Egal ob es um Zahlen, Dauer, Datum und Uhrzeit oder Text geht. Es gibt sogar eine Tastatur speziell für die Eingabe von Formeln. Mit dem Finger kannst du einfach Spalten auswählen, bewegen und genau an der richtigen Stelle platzieren. Wenn du deine Daten bearbeitest, wird die Tabelle automatisch aktualisiert. Du kannst Zeilen und Spalten zu Tabellen hinzufügen, um zusätzliche Daten oder Berechnungen einzugeben. Numbers besitzt eine leistungsstarke Rechenengine mit über 250 integrierten Funktionen, wie Funktionen für wissenschaftliche, finanzielle und statistische Zwecke. Alle mit einer leicht verständlichen und umfassenden Hilfefunktion, sodass du schnell komplexe Formeln erstellen kannst. Bilde die Summe einer gesamten Spalte mit einem Fingertipp. Dann tippst du auf Füllen und bewegst den Finger nach rechts, um die Formel schnell über die gesamte Tabelle zu füllen. Numbers enthält neun verschiedene Diagrammtypen, darunter Balken, Flächen- und Tortendiagramme. Wähle den Stil, der zu deiner Vorlage passt. Verwende die Diagrammoptionen, um Schriften, Datenetiketten und Formate ganz nach deinen Vorstellungen anzupassen. Und um einen Teil des Diagramms zu betonen, bewege ihn einfach heraus. Mit dem iPad ist es ganz einfach, großartige Diagramme zu erstellen. iPad und Numbers sind perfekt zum Eingeben von Daten, wo immer du bist. Erstelle eine Tabellenkalkulation mit den Informationen, die du brauchst und verwende zum Bearbeiten die integrierten Formeln. Während du deine Änderungen an einer Formel vornimmst, wird die Tabelle automatisch aktualisiert, da alles miteinander verknüpft ist. Wenn du fertig bist, kannst du das Ergebnis mailen, auf iWork.com laden, sodass Mac oder PC-Benutzer es ansehen können oder als Numbers- oder PDF-Datei exportieren, um es auf dem Computer weiterzuverwenden. Numbers kannst du im App Store kaufen. Mit Numbers auf dem iPad hast du alles, was du brauchst, um deine Daten zu verwalten und beeindruckende Berichte zu erstellen.